Und ist deine Freundin oder? Noch nicht, aber ich bin dran. Oh, sehr gut. Also bei beiden. Beide? Ja, ja. Geht? Ja, geht auf jeden Fall. Hä? Was ist das für eine Welt? Ich will auch. Hallo. Heiratet heute, oder? Hallo. Heiratet, junge Frau. Hat weiße Kleid. Was? Heiratet heute niemand. Was? Ne? Ne? Ach so? Ach so, ich wollte sagen, hässliche Glückwunsch. Aber okay, dann nicht. Okay, warum steht hier? Was ist hier meine Freundin? Ja, aber Kirche macht heiraten, oder? Ja, und manchmal auch so was wie Gottesdienste, Messen, Andachten. Ah, ich weiß nichts mehr. Ich kenne nichts Kirche. Ich kenne nur Moschee und da gibt's. Ich bin nicht deprimiert, dass mich niemand heiraten will. Verdammt. Oh migjat, also bitte. Ja, also bitte. Ja, alles gut. Vielleicht will eh... Jungiger Mann heiraten. Magst du Scherse? Hallo. Zu scheiße. Oder vielleicht die Frau, weil heutzutage alles möglich. weißt du alles gut okay mein freund ich störe nicht ja wie heißt sie meine freunde hallo wer war piri mit der kohle haare oder ja war ein junger mann ohne müsse hat vielleicht auch ein keine haare oder mit müsse mal ich erschuldigung hast du ja gut ja aber warum dann müsse trakt weil schlechte haare grün oder grüne gemacht blau maximal st patrick style grüne haare was finde ich ja gut mein freund ich bedanke mich ich bin auch mit ich wollte sagen einfach nur herzlichen glückwunsch aber wenn nichts heirat dann nicht sehr herzlich glückwunsch dann einen schönen tag macht es sind dass wir die ansprechen macht es sind dass wir die ansprechen weil das ein biker hallo guten tag das so gut schrei doch einfach schrei doch einfach okay reis ungekocht currypulver eisen gewürze paniermehl können uns schicken machen brauchen aber kakao meiststärke hefe vanille zimt speiseöl das war und paprikapulver oder so okay okay och chocolate och cake chocolate was ist das denn man auch so och cake chocolate Hey, ich bin sehr verwirrt, Currypulver. Soll ich dir... Ach komm, bleib stehen, ich hol dir ein Spaghetti ein. Bleib stehen! Okay. Ähm, na dann lassen wir das einfach. Was haben wir hier? Hey. Ich hab keine Ahnung, ich hab tatsächlich keine Ahnung, ich frag mal die Leute. Ja, hallo, hallo, entschuldigung, mein Freund. Oh, hey. Sir, die können doch bezeugen, es wurde mir ins Gesicht gesagt, man möchte mich nicht heiraten, richtig? Genau, genau, Kollege, hier, pass mal auf, ich hab da mal ne Frage, hier. Oh Gott. Dieser wunderhübsche rote Fuchs hier, der ist auch wirklich niedlich, oder? Würde man sie heiraten wollen? Sag mal ja. Oh Gott, nee, nee. Sag mal, ist jetzt jeder bei dir rote Fuchs, oder was? Wer, wer? Nee, nee, das ist der Rotfuchs, den ich gemeint hat. Ah ja. Nein, ist das Eis, das Eis liebt mich. Hey, Freunde, entschuldigung, entschuldigung. Da hab ich gestört, ich weiß nicht, mit wem redet. Ähm. Ich hab gerade mit dir geredet, Mann. Ach so, hast du mit mir gewesen? Ich war die erste Frau über dem weißen Kleid. Nein, du hast umgezogen, warum? Ach, das ist der Typ, das ist der Typ. Ja, nein, das ist ein anderer Typ, er hat bloß gefragt, ob man mich heiraten möchte, und ein anderer Typ hat nur gesagt, nein. Ich wollte gerade sagen, wenn hätte der Typ jetzt aber die Beine nicht annehmen dürfen, weil er so ziemlich in die Decke hat. Nein, nein, ich bin Liebe, ich bin auch mit. Dankeschön. Hä, aber mein Freund, bist du jetzt traurig, oder was? Ja. Hä, warum? Es hat so ein paar Niederschmissungsereignisse. Was passiert? Bist du erst jetzt? Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend und man sieht und hört sich. Tschüss, Junge Frau. Schönen Abend noch. Ja, was passiert? Wir standen vor vielen verschlossenen Türen. Hm. Machst du auf, hast du Schlüssel? Sie meint das eher mit Taffa. Was? Nein, ich war mit Taffa. Was? Türe, mein Freund, welche Türe? Von meiner Hause, ja, wenn du sagst, klingeln aber nächstes Mal. Hm? Oh, nee. Mein Freund, verstehst du, was sagt diese Frau? Wie kann man ihnen denn weiterhelfen? Sie hatten ja eine Frage. Ja, genau. Äh, du, ich wollte, ähm, ich will backen, weißt du, aber ich weiß nichts. Ähm, wo ist Schokolade? Warum? Wo gibt's? Schokolade? Ja. Bronos Pitstop auf jeden Fall. Ach du Scheiße, nein, bitte. Aber ich glaube, hier unten an der Theke haben die doch auch was, oder? Theke? Echt? Ja. Ich schaue kurz, warte kurz, danke schön, mein Freund. Gibt's hier Schokolade, oder? Äh, ja. Normal, zum Backen. Ich bin ungefähr mittig im Regal. Mitte, Mitte. Ja, aber du stehst mitte, mein Freund. Wenn du gehst weg, dann ich kann holen. Ja, bin die Glieder. Warte, ich schaue hier, warte, ich schaue hier. Ja, hier gibt's auch Shampoo. Also mein Auto ist da. Kfz Verbandskasten. Okay. Das freut mich. Also ich habe nichts gefunden in Schokolade. Äh, du hast ja noch kein Schokolade. Komm mal mit, Meister. Gibt's Shampoo? Warum? Chapeau. Happy Python, was geht ab? So, Schokolade, warte mal. So, Schokolade. Schokolade. Ja, äh, ungefähr in der Mitte. Guck dir mal nach. Ein mittleres Regal. Sechs Stück für 69. Ah, mittlere Regal. Gern geschenkt. Danke schön. Äh, mein Gott, Alter. Ah, lol, wie teuer. Was ist das denn? Juh, Wallah, Brudi, das ist ja richtig ein Scheißen. Okay. Ich will natürlich RP machen, aber theoretisch ist der Typ Biker. Aber wir fragen mal den Biker. Du, ähm, mein Freund, mit keinem T-Shirt. Ja, komm, du. Das kann ich wie dich tun. Können wir kurz reden, äh, bisschen weit? Äh, ja, warum nicht? Kommst du? Ja, klar. Das kann ich wie dich tun, Mann. Du, ähm, du bist eine mit Fahrrad, oder? Also Motorrad. Ja, richtig. Bist du eine Bande, oder? Äh, ne, ich bin quasi alleine. Ja? Ja. Okay, also bist du keine Gefahr. Für wen? Für mich, weil... Nein, nein, nein. Weil ich will Liebe, weißt du? Weil ich habe, ähm, ich wollte fragen, weil wenn du machst, ja. Ähm, wenn du brauchst den Grasin, dann sagst du Bescheid. Weißt du was? Ne, du, damit habe ich... Damit habe ich nichts am Hut, Bro. Äh... Nicht? Ne, ne, ich rauche nicht mal. Wenn, dann nur mal eine Zigarre, ne? Also... Ja, aber kannst du machen rein und dann gut, weißt du. Ne, 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 ich bin so der Typ, der lieber säuft. Echt? Ja, 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 ja. Ach du Scheiße. Ja, gut. Ja, ich dachte, weil du siehst aus wie eine und ich kenne... Hallo. Hallo. Hi, Mensch. Savage war das, ne? Ja, Savage war das, richtig. Immer noch kein T-Shirt? Nein, Mann. Weil ich mit... Also, ich sehe ohne ein T-Shirt immer besser aus, frag die Ladies dann. Okay. Ja, aber mach dich schön rasiert, weißt du, deswegen. Ja, genau deswegen. Ja, genau deswegen, Bro. Ja. Ja, ich mach mich mal arbeitsfertig hier. Mach das Keule. Ja, wir sehen uns dann gleich. Ja, gut. Äh, okay, ja, gut. Schade, schade. Dann, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Und sagt die rote Frau, sehr liebe Frau, ich weiß nichts warum traurig. Weil, ähm, sie hatte weiße Kleider, war vor einer Kirche und ich dachte sie heiratet, weißt du. Ja, irgendein Typ wollte sie nicht heiraten. Ja, aber ist nicht ihr Freund, weil warum steht von Kirche, wenn nicht dein Freund ist? Hm, ich weiß es nicht. Perfekt. Und ist dein Freundin, oder? Noch nicht, aber ich bin dran. Oh, sehr gut. Also, bei beiden. Beide? Ja, ja. Geht? Ja, geht auf jeden Fall. Hä, was ist das für eine Welt? Ich will auch. Ja, dann sind zwei und Attacke, Mann. Ja, perfekt. Aber nicht die beiden, das sind schon meine. Ja, ja, ne, ich meine allgemein, wenn die ist sehr gut, weißt du. Ja. Und wie macht man so? Braucht man ein Motorrad, oder? Oder soll ich auch mein T-Shirt ziehen aus? Also Motorrad ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, ja. Ja, scheiße. Was kostet Motorrad? Ja, kommt drauf an, ne? Also das, was ich da abkostet, neue 5.000. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, aber wir arbeiten, was machen dann du, wenn du nichts machst mit der Straße und so Problemen? Ich bin Tädowierer. Nein. Ach du Scheiße. Ich habe, warte ganz kurz, ich sehe deine, habe gesehen, richtig, ja. Ach, schöne, wow. Hast du selber gemacht, oder? Äh, nein, 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 nein. Rücken selber stechen ist ja ein bisschen schwierig, ne? Ja, weiß nichts, vielleicht bist du richtig gut, weißt du. Hahaha. Denn so gelenkig bin ich nicht. Ja, das wollen wir gemacht. Ah, schön, schön. Ja, gut, okay. Ja, ich will dich nicht weiter stören. Ja, gehst du wieder zu deinen Freunden? Alles klar, Kumpel, ne? Ja. Dir aber noch Glück, ne? Alles klar. Ja, also dann tschüss, tschüss. Auch einander? Ja, du auch.